Geht es jetzt so? Aua! Methos, wieso machst du unser Haus kaputt? Wow! Hallo, Minecraft-Freunde, weiter geht's in Magic Farm 2! Yama ist leider nicht dabei, ist leider nicht abkömmlich. Wird auch nächste Folge nicht dabei sein, aber danach wieder. Dann wird das alles wieder klappen. Okay, weil wir nehmen nämlich heute zwei Folgen am Stück auf. So, und ich hatte ja das letzte Mal gesagt, dass ich einen Raketenwerfer machen will. Ja, ich hab schon in den Kommentaren gelesen, machst du ja doch wieder was anderes. Nein, heute nicht! So, was brauchen wir dafür? Ich werde explodiert. Äh, okay, das wird etwas komplexer. Was denn? Ähm, warte. Ja, Raketenwerfer. Ich mach den! Ich will es mir doch nur anschauen, Methos! Ne, also das will ich mal festhalten. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Das ist eigentlich alles kein Problem. Nur draufklicken und schifft aufs Fragezeichen. So, da muss ich hin. So. Uh, was braucht ein... Haben wir das überhaupt alles? Ne, haben wir nicht. Was? Erstmal brauchen wir das da. Äh, nein, das wollte ich nicht, jetzt hab ich ein Fernglas gemacht. Brauchst du doch auch. Äh, bist du gerade an meinem... Äh, nein. Ach, Mann. Dann annimm halt das, was neben dir ist. Wir haben echt keinen Glowstone-Staub mehr. So. Äh, muss ich halt welches abbauen. So. Ach, Mann. Kann man das wieder zurückklafen? Okay, machen wir das einfach mal da so ein paar da rein. Ich weiß ja nicht, wie viele wir da brauchen. So, dann... Äh... Du musst es wirklich hier mit der Hand abschlagen. Oder auch nicht. Ich meine, ich hab hier, glaube ich, Glück drauf. Hä? Was ist nein? So. Äh, das da brauche ich. Genau. Hä? Wo ist denn das Zeug hin? So. Moment, ist da kein Glück drauf? Doch, es ist Glück... Ach, es leckt ein bisschen. Deswegen. Machen wir mal so drei Stück. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Dann, ähm... Geiger-Ketenwerfer? Was haben wir... Haben wir noch nicht. So, dann... Das da... Da brauchen wir, glaube ich, definitiv nur eins. So, das hätten wir schon mal zusammen. So, dann brauchen wir noch eine Lore. Äh, dich. Ach, ich hab ja schon... Dann machen wir zwei Stück, brauchen wir, glaube ich. Hm. Hm. Ne? Ja, zwei Lohren. Und dann brauchen wir eine Niedelgun. Oh. Was denn? Da fehlt uns ja gar nicht mehr viel. Ähm, Moment. Ich brauche Magma Dream. Haben wir das Material dafür da? Bestimmt. Ähm, jetzt gucken wir mal da. PRC. Wieso hast du dich da nicht reingelegt? Ach, du bist das Falsche. Deswegen. Nein, du bist auch das Falsche. Hä, das gibt's doch nicht. Bist mir doch hier angezeigt. Ach, ich brauche wieder einmal dich hier und einmal das andere. Moment mal. Warte mal gucken. Was fehlt mir da? Ähm, Slime? Warte mal, blauen Slime haben wir doch. So, jetzt habe ich dich. Blauen Slime haben wir doch. Oh, und jetzt brauche ich noch verfolgende? Da haben wir noch. Oder vergetriebene? So. Dann nehmen wir die hier. Was fehlt denn da noch? Mach mal da ruhig mal so. Ah, okay. Deck. Da rein. Den hauen wir noch da rein. So. Dann. Ein paar von ein paar. So. Wir jetzt nicht das automatisch craften nehmen. Aha, da fehlt uns noch was. Aua. Und zwar, und zwar dieses hier. Gleich hast du ein Problem hier. Moment. Äh, die Logik fehlt noch. Mythos, in dir existiert einfach keine Logik. Okay, wir haben, wir haben, wir haben kein Rohplastik mehr. Hä, doch. Wofür brauchst du Rohplastik? Äh, ja, jetzt schieße ich zurück. Wir haben kein Rohplastik mehr. Wofür brauchst du Rohplastik? Komm her, komm her. Um das zu craften. Was denn? Ich habe doch auch einen. Warte mal. Oh, es lockt sich ein auf Mythos. G-U-M. Gummi haben wir doch. Äh, aus Gummi kann man doch, kann man doch irgendwie, ähm, Rohplastik machen. Warte mal. Ähm. Warte gucken. Machen wir nicht fertig hier. Wofür brauchst du Rohplastik? So. Was willst du damit genau verarbeiten? Ah, ja, genau. Ähm. Hä? Das hauen wir mal in den Ofen. Moment. Ich verstehe nicht, wofür du das brauchen solltest. Ich brauche es halt. Ich brauche es. Lass mich mal machen. Lass mich einfach mal machen. Ne? Glückwunsch. Ich kann ja so, ab und zu kann ich ja auch was machen. Also wenn du brauchst Plastikfolie, haben wir 60.000 da. Äh, nein. Das brauche ich nicht. Ich brauche Rohplastik. Du kommst wieder zurück. Okay, das sollte jetzt laufen. Dann sollten wir gleich einen Stack zur Verfügung haben. So, jetzt will ich erstmal gucken. So, was brauchen wir? Wie groß ist der eigentlich? Das da. Schön wie die Rakete aus meiner Schulter raussticht. So, du weh. Plastik. Äh, was fehlt denn jetzt noch? Ich kann mich selber anschießen, wenn ich will. Ah, Glowstone, stopp. Ne, wenn, dann machen wir es auf dem Ethos. Aber nicht hier drin. Wir haben kein Glow... Warte mal. Äh, Glow... Ich schmeiße es dir ins Inventar. Also daneben quasi. Jetzt hast du es. Äh, ich wollte trotzdem... Äh, ach, was soll's. Kauen wir es da rein. So. Dann... Ich wollte noch schauen, was wir hier an schönen Baublöcken haben. Gibt es eigentlich Schüssel? Ich glaube schon, oder? Einen brauchte ich ja nur, ne? Schüssel. Ja. Ach, Meißel. So, jetzt soll ich aber... So, das Ding da rein. Meißel? So, dann... Ich? Ne. Gravestone. Da fehlt noch was. Ah, ich glaube, damit kann man sich solche Statuen und sowas herstellen. Hat man das... Statue... Katzen-Statue... Katzen-Statue ist das schön. Gut, dass ich ein paar mehr gemacht hatte. Ich hab keinen Plan, wie ich dich herstelle. Okay, ich hab das Teil. Was? Ich bin hier gerade nur am überlegen, was... So, jetzt brauch ich noch Raketen. Hm. R-A-K... Warte mal, wir haben doch bestimmt noch... Ne, haben wir nicht. Äh... Okay, du bist einfach... Ich hab keinen Stick hier drinnen. Ist das dein Ernst? Warte mal. Hier, gib mir mal bitte so ein paar hundert. Ähm... Rakete, genau. Jetzt ist die Frage... Stein, es war mal... Genau. Entweder den hier oder gemeißelten. Dass ich mit den, wenn ich da irgendwie draufkloppe... Okay. Hier was machen konnte. Brauchen wir wieder so einen Haufen Zeug. Haben wir das da? Gab's so... Boah, wir haben sogar sowas da, ey. Hä? Wer hätte das gedacht hier? Was? Was denn? So. Ach, schon alles passiert. So. Ja. Das heißt... Geht es jetzt so? Aua! Methos, wieso machst du unser Haus kaputt? Wow! Deswegen wollte ich es nicht hier drinnen einsetzen, du Idiot. Okay, ähm... Mach mal das Feuer aus, das brennt, das ist heiß. Das darfst du reparieren. Okay, machen wir nochmal, weil war lustig. Aber dann gehen wir ein bisschen weiter weg, okay? Äh, dann ist es aber nicht mehr lustig. So, was habe ich hier? Willst du das Haus in die Luft sprengen? Äh, nein, eigentlich nicht. Siehste? So, jetzt muss ich mal gucken hier. Äh... Wie hat mir das Muster hier? Haha, geil! Ähm... Methos. So. Äh, nein! Was hast du verdient? Nein, tu doch sowas nicht! Merkst du was? Methos, bist du noch da? Leck der Server? Ist mein Internet weg? Ich glaube, mein Internet ist weg. Ich habe mich aus dem Internet gesprengt. Oh, nö. Methos? Methos? Äh, ja? Hörst du mich noch? Nein. Okay. So, jetzt kann ich wieder auf dem Server. Ich bin aus irgendeinem Grund runtergeflogen. Kann ich ja nochmal drauf schießen. Nein, nein, mach mal nicht, mach mal nicht, mach mal nicht, mach mal nicht. So, ich brauche, ich brauche... Pflasterstein erst einmal. Vielleicht der Stein, der Stammel. Ähm... Geändert... Moment. Was? Änder? Nein. Oh, doch. Was wird so? Geändert sich... Wieso leckt es bei mir die ganze Zeit jetzt? Es ist doch nicht mehr feierlich. Ja, so, das heißt, wir brauchen das da, wir brauchen das da... Moment, habe ich oben eigentlich... Brauchen das da, nee, das ist eigentlich weniger. Och, du hast den Fahrstuhl zerstört. Methos. Ähm, okay. Ja, dann setz mal wieder einen hin. Ja, toll. Das macht ja nichts. Ist hier oben irgendwo... Nein, das ist nicht. Wir haben ja Material ohne Ende. Das sollte also kein großes Problem darstellen. So, jetzt erst mal hier aus dem Loch raus. Fahrstuhl. Ach, und du könntest mal hier, wenn du schon alles kaputt machst, ne? Ja, ich. Könntest du mal hier... Ja, klar, du. Weil, ähm, hättest du die Rakete abgefangen, wäre hier gar nicht so viel passiert. Äh, ne, 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 ne. Immer der, der es abschießt. Nein, nein, du hast die Rakete nicht abgefangen. Hättest du abfangen müssen. Das nächste Mal, äh, gehe ich mit meinem Gesicht direkt in Richtung Rakete. So, Blacksmith-Hammer. Kann ich dich hier jetzt eigentlich mit meinem Ring aufladen? Äh, nein, warte mal. Ja, ich kann dich aufladen, aber du hast trotzdem... Das ist doch falsch. Ja, natürlich ist es falsch, Mythos. Warum sagst denn du das nicht? Hä? Weil es sonst nicht so lustig ist. Äh, schon klar. Ach, Mythos. So, das, das gehört doch gar nicht dahin. So. Äh. Wir brauchen erstmal... Dich. Das da. Dich. Genau. Deswegen wollte sich das wahrscheinlich auch nicht setzen. Das ist Wolle-Cover. Wofür hatten wir Wolle-Cover? Ach, die Decke. Ach, schau doch mal an, was du mit der Decke gemacht hast. Äh. Jetzt will ich es wieder nicht setzen. So. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. An dir? Ich bin zu niedrig. So. So, ich habe jetzt verstanden, du bist zu niedlich. Nein, zu niedrig. Niedlich bin ich auch, ja. Äh, nein. Nicht? Nö. Hätte aber sein können. Äh, Säge. Ziehen wir das hier rüber? Säge brauche ich und dann der... Ach, dann gibt es doch den Schüssel-Mod drinnen. Warte mal, hier steht was. Habe ich da eine Schüssel? Ich habe auf jeden Fall so eine Schüssel. Schleim-Schüssel. Ich möchte nicht noch eine einstecken. Äh, der bin ich ein bisschen... Sandstein. Sandstein. Weil der müsste doch eigentlich dahin, der eins weiter raus. So. Genau. Jetzt stimmt das auch. Dann habe ich den einen da falsch gesetzt. Wieso lande ich immer hier unten? Hast du immer noch nicht zugemacht hier? Zäh, immer mit der Ruhe. Säge auch was? So. Sagt der, der unser gesamtes Haus in die Luft sprengt. Alles ist weg. Alles ist zerstört. Wir sind obdachlos. Äh, nein. Sind wir nicht. Sind wir gar nicht. Das stimmt gar nicht. So. So. Ich seh dich einen Block setzen und der ist falsch. So. Äh, nein. Doch. Das ist nicht daran, dass du verwirrst mich. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. So, der muss dahin. Der muss dahin. Bist du überhaupt? Ach, du bist Enderziegel. Deswegen funktioniert das nicht so, wie ich will. So. Jetzt passt das. Gut. Enderziegel. Den müssen wir dahin setzen. Genau. So. So. Dann müssen wir hier. Müssen wir hier. Genau. Machen wir. Und. Nee, du bist der falsche. So. Wupp. Wupp. Und mein Inventar ist voll. Was ist denn bitte Wupp? Es ist halt Wupp eben. Ähm. Okay. Warte mal. Irgendwas. Äh. Irgendwie haut das hier. Äh. Äh. Ich komm nicht da oben drauf. Was machst du denn schon wieder? Machen wir es von unten. So. Äh. Eigentlich hätte ich ja. Ach ja. Was denn? Hättet ihr auch. Auch das Teil anmachen können, dass ich in der Luft stehen bleibe. Wäre ganz praktisch gewesen. Wäre ich mir jetzt einfacher. Ja. Wäre einfacher gewesen. Ganz sicher. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Und wieso machst du ja alles zu ohne Fenster? Äh. Das warst du. Ah. Natürlich. Ja. Genau. So. Warte. Dann brauchen wir. Jetzt fehlen wir die hier wieder. Nein. Du bist doch falsch. Ach nee. Das ist Wolle. Ja. Hab ich auch gerade gemerkt. Solche hab ich ja gar nicht. Hä? Hab ich nur einen einzigen. Will ich nicht. Das macht nichts. So. Setz mal den noch da rein. Mö. Dann machen wir hier noch zu. Das hätten wir uns alles sparen können. Ja. Hättest du die Rakete mal abgefangen. Dann wäre gar nicht so schlimm zu passieren. Ähm. Das da. So. No. Neather Ziegel brauche ich noch. Genau. Wieso habe ich neather Ziegel? Cover. Ach. Von drinnen. Äh. So. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich habe nur vier von euch. Nach außen. Schade, dass ein paar von den Blöcken zerstört wurden. So. Ansonsten wäre das alles wesentlich einfacher. Wieso? Wir haben doch genug Material. Ja. Aber ich muss die ganze Zeit wieder zurückrennen und schauen, was noch fehlt. Nein. Ist doch alles noch da. Im Grunde. Fast. Lass mir hier mein Mist rausschmeißen. Ich habe ja gar keine. Doch. Ich habe ja gar keine. Ich habe ja gar keine. Ähm. Wieso doch. Meine Güte. Was denn? Du wirst es doch schaffen, Mythos. So. So. Okay. Da muss dann noch, ähm. Ne? Genau. Äh. Okay. Ah. Dann. Was brauche ich hier? Himmelspflasterstein. Himmelspflasterstein? Äh. Ja. Ich brauche Himmelspflasterstein. H-I-M-M. Da haben wir es doch. Ah. I-M-M. So. Dann. Warte mal. Dann brauche ich euch. So. Gelle. Dann. Hier ein Abstand. Da kommt hin. Äh. Daffi. Okay. Dumdum, 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 dumdum. Okay, so geht's auch. Dumd, dumdum. Dumd, dumdum, 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 dumdu. Du. Was denn? Du stellst dich jedes Mal dahin, wenn ich den setzen will. Nein Davi, nein Entschuldige, dass ich deinen Schaden versuche zu reparieren Also ich meine den Schaden den du verursacht hast, deinen Schaden kann man nicht mehr reparieren Okay Ich habe keinen Schaden Nein Gut Wie ich es früher in der Schule immer schon gesagt habe Ich war es nicht Hat es jemals funktioniert? Nein, aber ich versuche es trotzdem Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Ich sage lieber nein Darf ich dir den Gefallen wenigstens sagen? Ich sage lieber nein Was willst du denn? Kannst du bitte den Raketenwerfer weglegen? Ich will nicht schon wieder alles hier kapagieren Äh, nein Ich will auch mal Krabums machen Erleicht es nicht für die nächsten paar Male Äh, nein Ja, ich weiß nicht, was hast du jetzt für die Antwort erwartet? Ich weiß es selbst nicht So Das Fenster haben wir schon mal fast fertig Wir müssen auch die Scheiben einsetzen Ach, da waren mal Scheiben drin? Äh, ja Da waren mal Scheiben drin Okay So So Die Ecksteinchen Ja, habe ich Ach stimmt, da waren ja wirklich mal Scheiben drin Das wusste ich jetzt gar nicht mehr Äh Wolle Wolle müssten wir auch noch reichlich haben Warte mal, außen musst du noch, ne? Ach nee, hast du außen schon gemacht? Außen habe ich eigentlich alles gemacht Okay Prima Super Hey, Daffi Du wirst ja doch was werden Danke Weißt du, was du jetzt dafür bekommst? So Warte mal Ich muss mal gerade gucken Ich muss mal gerade gucken Äh Machst du schon Wolle, oder? Ja Warte mal Wir haben doch Wolle-Cover, oder? Ja, aber nicht solche schön Äh Wie solche schön Wir haben hier reichlich Nein Nein, Daffi Nein Doch Nein Na komm Auf gar keinen Fall Damit jeder sieht, bis wohin der Schaden ging Auf gar keinen Fall Na Mach das weg Nein Das ist Nee, das geht gar nicht dafür Wieso denn nicht? Nein Wir machen hier keinen Schweinchenrose an die Decke Ja, aber wir sprengen unser Haus Toll, wo ist da die Logik? Äh Logik Hat niemand gesagt, dass ich hier logisch denken soll Okay Bringen wir den Quatsch in Ordnung Äh Man sollte sich nicht direkt unterm Lift hocken Nur hier muss man irgendwie hocken Damit man die Cover überhaupt anbringen kann Sonst, äh Aktiviert man ständig nur Den Teleportpunkt Mhm So Ah, ich muss mal schauen, dass ich mehr Level bekomme Damit ich eine neue Hose verzaubern kann Weil meine ist ziemlich im Alma So Dann brauchen wir noch Wieso habe ich die jetzt nicht mit weggeschmissen? Ähm Nein, mein Pfeil Mein einer Pfeil Der eine, den ich brauche Da hatten wir noch zwei Gut Ich habe ein paar Cover Gleich daneben Im SIM-E-System geworfen Nee, ich brauche keine Cover Ich brauche doch keine Cover Ich brauche, ähm Warte mal Mit was war das? Moment Schau mal Äh Was versuchst du da? Warte mal Mein Gestänge wieder hinzustellen Ey, bitte sag sowas nie mehr wieder So Ach du hast selbst Mythos, komm mal kurz nach oben Was? Komm mal kurz nach oben Jetzt warte doch mal Äh, äh, nee, nee So So Genau Dann, äh Ach, ich brauche sowieso ein paar mehr So, wo ist die Säge? So Ganzversicht So Ach, da oben muss ich noch Gleich bist du im Eimer Sag ich doch Bissar habe ich jetzt eigentlich So Ich habe doch nur noch die zwei gebraucht Hehe Zack Dann Hier So Und So Da haben wir die Stelle Ähm Warte mal Ich nehme mal besser die Spitzhacke Da geht ein bisschen schneller Kann ich ja gar nicht Bei der Rolle nicht So Jetzt machen wir das Ganze da nämlich auch nochmal Obwohl Warte mal Hier ging das doch irgendwie Genau Da ging das doch so Ganz einfach Okay Da unten muss ich was vorsetzen Ah Dann Nee So 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 Ja Ja Und jetzt kommen wir mit hoch Äh Okay Was denn? Du hast selbst das Stockwerk getroffen Darf ich nochmal? Okay Äh Holen wir noch ein paar Cover Ich mag schon Ich hab's ja schon gemacht Hast du schon? Ja Okay Waren hier noch irgendwo Fackeln? Ja So Also ich habe einen Raketenwerfer gemacht Man merkt's Ziehen wir den einfach mal irgendwo da hinten hin Nicht auf meinen Schneemann Der ist weit weg Nein Habe ich nicht Habe ich nicht Gut Ich hab den irgendwo ganz weit da hinten so Äh Nein Da schieße ich besser nicht drauf Warte mal Gucken wir mal Nee man Wir könnten ja Wir könnten ja da mal so Äh Äh Nee Wenn wir fliegen geht das nicht Echt nicht Oder hab ich keine Raketen mehr Oh warte mal Ups Wollte doch den Zombie Und der ist einfach abgehauen Okay Meinst du Wow Da geht aber die Zombies baden hier Boom Oh Das war daneben Ich hab keine Raketen mehr Doch Ich schon Au Au Das hat irgendwie geleckt Und hat mich erwischt Ähm Okay Ja das hat geleckt Und hat dich erwischt Ich hab überhaupt nichts damit zu tun Ähm Du warst das Nein Wie kommst du noch da rauf Metos Kommt her Zombies Euch zeig ich wo es lang geht So Ich wundere mich als Okay Gut Ich würde sagen Ich würde sagen Wir machen mal die Erde wieder dahin Besser wär das Schau doch gut so aus Wow Spinne Spinne Die brennt genug Um sie zu sehen Metos Ja die leuchtet Ich schau dir einfach mal zu Ist klar zu spannend Ähm Ja Ich will aber nicht Dass die mich jagen Hier Eigentlich wollte ich das drücken Wie noch was was ich dafür brauche Komm jetzt mach ich euch mal alle hier Ach komm ich kann es nicht mal aus dem E-System holen Ist das überhaupt in meinem E-System Ach ich habe eh keinen Empfang Komm stirb So Okay Das hier mal einsammeln Server lag Was server lag? Nein Oder client lag Das trifft sie eher So Machen wir das ganze mal zu hier Dann ist es draußen wieder hell So So Da Bisschen schummeln Ach Bauen wir über das Loch einfach drüber Moment Wir haben hier irgendwo Das wird ja von alleine wieder grün Moment Metos Warte Ich habe doch mein kleines Spielzeug Oder hat es jetzt der Hammer In seinem Inventar Nee Gut möglich dass der Hammer das hat Äh Spielzeug ist hier So Ich habe immer noch keinen Plan Wieso die Erde hier unter Dirt Oder auch nicht Nicht unter Dirt Äh Erde Ja keine Ahnung Ist hier echt so wenig Erde abgefallen hier Ich habe das Gefühl mein Jetpack gibt bald auf Das ist hart Gut Nicht gut Nicht gut Äh Wow Okay Das geht auch Äh das geht vor allem schneller Äh jo Dann mach mal Äh muss nur schauen ob mein Dirt dafür ausreicht Jetzt kick mich nicht durch die Gegend Essen sollte ich vielleicht auch Das wäre eine gute Sache Nö Zeit doch mal den Zuschauern was passiert Ich kicke dich doch gar nicht Ich bin ja nicht mehr in der Nähe bei dir Hä Achso da ist ein Skelett Warte 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 Wieso hast du dich Ach so Das zählt ja als Ah Das zählt als Terraceblock Und nicht als Dirt Deswegen kann ich dich da nicht hochsetzen Uh Ah So den legen wir beiseite So hier drüben bist du Mesos Das ist gefährlich Äh ja hier aber noch nicht so wirklich Na geil ich habe ein paar Sticks dort reingesteckt Ja hier guck mal hier Wo Da Wo Ist alles noch Stein hier Ich habe keine Erde mehr Du hast keine Erde mehr Nein Gib mir jetzt nicht den Einflug Muss ich eh mal wieder Zeug auffüllen So Ähm Bidum 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 So So Wie viel Energie ist in meinem Jetpack Äh schlecht Einfach nur schlecht Zack Ist zu Gut so Einmal du Grün wird es von alleine Einmal du Ne Ach da ist noch haufenweise Zeug hier Guck mal Natürlich Deswegen hole ich ja auch noch Erde Äh warum Hier ist haufenweise Erde Ach Sag doch Ich habe gedacht Mit Zeug meinst du Zerstörung Tod Hungersnot Äh nein Nicht wirklich Ach schade Äh nein Nicht schade Nein Äh muss reichen Ja Ähm Gut Das war eins zu viel War doch ein bisschen zu wenig Erde noch Dachte ich mir Das unterschätzt man immer Minecraft Äh Ich dachte hier liegt noch mehr Aber das war es dann wohl Hä Das sollte so sein Das sind Höhen und alles Gut Ach da meinst du Ja stimmt Da fehlt ein bisschen Berg Ach Mythos Ja Nur weil du deine Zerstörungswut auslassen wolltest Hm Ja Fee Was denn Bist angepeilt Selbstsuchend Hm Kenn ich irgendwo ja Oh weg geh Okay Aber das ist schon echt hart Was Oh nein 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 Flieg jetzt nicht zum Was hast du gemacht Ich habe eine Rakete abgeschossen Und ich habe keine Ahnung wo sie Ach da ist sie hingeflogen Auf dem Berg Okay Es ist zu verschmerzen Okay Gut Gut alles Oh hier Hier ist irgendwie Die Welt nicht geladen Bei mir schon Das sieht ziemlich skurril aus Ups weg ist es Okay Es ist alles Also hier ist Dingsbiom Und hier drüben ist Dingsbiom Ja nein Nein Bei mir war es nicht geladen Und das sah ziemlich skurril aus Ähm Okay Wir wollten ja auch Wir wollten ja auch Das Das machen wir dann in der nächsten Folge Dass wir hier mal ein Häusl drumherum bauen Jo Da Darum Genau Machen wir in der nächsten Folge Also Ich sage Bis dahin Und Tschüss 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 Big G G Tschüss Surprise